Auch in den anderen Teilen der Aufnahmeprüfung hatte ich Glück. Mein Canto Triumphale, das Stück über das Reke-Gedicht, gefiel dem Kompositionsprofessor so gut, dass er mitsang und mir hinterher die Hand schüttelte. Untertitelung des ZDF, 2020 Herrlich, Angelika. Es wird lange dauern, bis du so spielen kannst. Aber du wirst es schaffen. Ich glaube daran. Ich habe mit Professor Leuchner gesprochen. Wir schaffen es. Darf ich vorstellen? Meine Mutter. Grüß Gott. Guten Tag. Sie hat mir mit der Harfe geholfen. Das habe ich gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, nicht? Ich hätte nie gedacht, dass man auf einem Xylophon so spielen kann. Das ist kein Xylophon. Das ist ein Marimba-Fon. Aber ich finde es auch schön. Das ist ein Marimba-Fon.